Herzlich Willkommen bei einem Mini-Let's Play, und zwar See House. Und nicht nur, dass jetzt auch eine Facecam dabei ist, nein, ich habe auch noch den Mr. Play and Say dabei. Worüber ich mich sehr freue. Ja, und dann fangen wir auch gleich mal an. Wer das Spiel kennt, muss ich aber nicht wundern, dass wir ausgerechnet direkt im Raum starten. Es lag einfach daran, die Seite hat neu geladen. Und das ganze Format war anders. Genau. Und, ähm, wir werden auch noch See House 2 spielen, aber da ist gerade was von da gefallen. Ein Ball. Oh mein Gott, spielst du Fußball? Nein, das ist kein Fußball. Kein Polyball. Ich werde das Bild vielleicht mal wieder haben. Oh. Okay, das wird die letzte Folge. Eine Familie. Oh, ähm, ich kann sich wegdrücken, ich kann sich wegdrücken, nein. Nein, oh Gott. Alter. Wieso hat der Junge keinen Kopf? Der war bestimmt ein bisschen Kopfschluss bei der Sache. Ich weiß, der war flach. Füße hoch, flach. Flach fritz. Alter. das er hat gehört das Spiel ist wirklich genial Raum 2 Waderzimmer ich muss mehr das ist ein Witz, ne? Ja Happy Birthday, Mom. Wir wissen, du hast es schwer wegen deiner Krankheit, aber wir sind sicher dass es dir bald besser geht Wir lieben dich Oh, ist doch süß den Mord 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 der Mord den Mord von Kort das ist so ein bisschen dunkles Wasser das ist überall schwarz-weiß sehen das kann es ist so sehr gut auch und einleitung der bitte nicht bei vier jungen ich höre dich dritter raum die küche das ist doch keine küche wir haben freitag die fünften stimmt nicht nochmals marsch eine puppe aber sie das ist Prozent nach dem Scheiß werden was ist das für ein Ding das war eine alte Frau auch ein Gott die Königin Schatten 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 der ich habe ich in ihrem Vorbeigelaufen das ist der Vorbeigelaufen das war Prozent wir sehen Prozent Märchen Scott School ist so der Idee gehört Name ist Maria ist erst schon die Dekord 4 8 6 1 3 2 7 8 4 4 8 2 0 0 und Unterschrift unwichtig das ist das in die Brust zeigen dass die Linie was die hat sich erhangen er gehört mit der lese kann das esszimmer im radio ok ok hallo hallo mister ich drück mal auf die ganzen tassen weißt du man muss ja auch ausprobieren bei dem spiel und wir sind ganz schön ruhig jetzt ja hallo was geht ab? oh yeah wow äh ok nicht bewegen Junge nicht bewegen kapiert? dann sind auch wieder in eine andere Richtung bewegt ah oh nein das Klavier äh Falcona ja klar jetzt schütte mir leid ich bin so glücklich dich zu haben ich will immer bei dir sein ich liebe dich okay das ist eine kranke Familie ne ein bisschen äh vielleicht ist das versuche ich nochmal das Bild anzusprechen ah immer noch das gleiche ok das Radio vielleicht hier ah geht nicht ok das ist ja noch ein Bild sieht so aus ne wie eine Frau irgendwie ne Knarre oh nein oh nein oh nein ich hab so ein nächstes Gefühl ne Knarre oh Gott nein 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 also Leute spielt nicht mit Waffen nicht mit Waffen nein ähm ähm das ist das überleben wir das schaffen wir Licht Licht es gibt Licht oder oh Gott äh ist das Blut oh ich hasse es ist das Blut es geht nicht aus es geht nicht aus ähm es tut mir leid oh nicht lesbar tut mir leid Leute oh Gott oh nein also ich halte ja mal meine Hand davor ne ich hasse solche ja oh mein Gott ja 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 das war's das war keine richtige Schicht alle Foto von der Social Story sind erfunden von ja von der Hausgruppe ok das war wohl das Spiel ja ähm recht kurz muss ich sagen aber ähm sehr geil also ähm viel Spaß viel Spaß genau vielen Dank fürs Zuschauen und ähm guckt auch bei zu Hause 2 was äh bei ihm kommen wird ja aber er wird auch dabei sein ja und was er auch zocken wird das darf er ruhig selber machen oh ja na auf jeden Fall bis dahin tschau F10 da